Und der Blastnerreit Sehr schön Kommen wir gleich Fähigkeitenversionen Überrennen Den Tritt ist nämlich viel cooler Aufgeländer Schwere Angriff Bildbrecher Die lässt sich aber eigentlich gar nicht, ne? Ist das hier? Ja, sehr gut Gegen das Chaos Cool Was hat ein Täter vielleicht besser? Warum? Okay Der ist cool Den finde ich mega cool Ob ich das auch machen können Wie lange müssen wir Alles ist nach wo ich mir so denke, hä, wieso kann er bitte die Zeit verlangen wir haben? Aber na gut Na gut, so Das wird jetzt alles hier gewesen sein Damit sind wir hier in Comeback Panas auch fertig Wir müssen jetzt Beutieren, genau Gehen wir erstmal Jetzt ist Fokus 14, 14 Hä? Sind die Leute jetzt stärker, oder? Ich weiß es nicht, so Hier gehts weiter in dem Bereich, also gehen wir hier runter Aber um den Komischen People da rum Aber um den Auch der ist der einzige Das ist der nächste Oh fuck Was ist das? Lauf Hey, up to it! Es wäre nicht klug, Titius zu huldigen. Rieslich zog er den Zorn des Zeus und der anderen Götter auf sich. Ich gehe auch nur von Gamla zu Kampfen. Das ist mega cool. Rieschnapp dich! Zeig mir, ob du damit umgehen kannst. Rieschnapp dich! Ah lauf mal, sehr schön Ich bin ja nicht mehr produktiv So Schatz Nummer eins Schauen wir mal kurz kurz raus, fragen ob der weiß wo noch mehr ist Ist das noch ein Schatz? Und dann fehlt mir noch, da, die fertige Tabel, ok So, gehen wir gleich hier durch Abgeschlossen Der nächste wäre da unten, was? Das muss ja jetzt hoch Sehr geil Oh ja, ich bin so böse Ja Komm, ich bin da ganz hoch Und wo kommt der Nebel her? Und wo kommt der Nebel her? Warum das dieser aus dem einzelnen Abschnitt verhält? Ja Das wäre nicht so geil, dann könnte sie ja, ich glaube das wäre Einfach geil Ja Komm, er zieht sich ja sogar richtig noch Jäger kurz hoch So, die Jägersrast Anführende Jägerin töten und den Schatz pländern Ich bin mir nicht mehr sicher Ich bin mir nicht mehr sicher Und auf Wiedersehen Hallo Bis nicht morgen früh Jochen Und irgendwie hat die Konkurse jetzt grad Von Von Mit Feuerstand Ich hab halt aber überhaupt im Kopf Zeug das von intelligenz? Oder eher weniger? Würde ich jetzt nach rechts gucken, wüsste ich Dass da einer von mit Nein und einem verhöhenden Lächeln kommen würde Oder gar keine Beachtung, aber normalerweise das war die jägersracht der hügel des heiligen kriege als völlig hier was dazu zu focus ja das heilige an das land hat von uns haben wir auch noch dann wir gehen das war hier weiter runter unten lang hier ist ja nichts mehr so anlegen stelle der pilger gehen da erst mal mit der schnellreise hin und dann gucken wir mal dass wir und daraus weitergehen hier und damit dann auch noch ein paar fragezeichen die wir weitermachen können dann können wir mal irgendwann so ganz lang noch ein paar quest fertig machen in der hauptquest würde ich jetzt ganz ehrlich noch gar nicht weiter gehen weil ich halt erstmal auch die nebenquests so ein bisschen verstehen möchte und ein bisschen mein schiff muss ja auch noch geabredet werden und ich kann ja nicht so viel machen ich weiß gar nicht wie es noch wenn ich die hauptquest fertig habe kann ich dann noch weiterspielen das weitere gibt es ja noch die dlcs und der mensch ist noch so viel zu tun oder vor noch wenn die man so wissen gespoilert soll ich auch noch mal gucken wann das dann immer kommt so karte ist das erste der gewisse er muss damit so einspringen das geht gar nicht anders was ist das hier das gäst du aus befehl zur bautschweizung wenn ich erwischt werde habe ich ein problem wer ist das? da gab es das fluch Was ist das? Aber Epiw ist nicht auch noch so Die Dünke mit dem Schlefflöbel auch noch wieder Dann müssen wir ja alle kommen nicht Mit dem Selfie hier könnte ich wieder zuerst wegfahren Nur durch den Sack geht Und ja, es geht bis zu durch den Sack So, wiedersehen Warte Warte Ist der bestätigt? Gehen die ganzen Leute her, Mann Du hast ein besseres Leben verdient Schließ dich uns an, dann siehst du es Ja, und Seltener ist einfach auf meiner Seite So Was ist das? Der Schatz scheint er wohl Zu hinten zu sein Ich glaube der mag mich nicht, mach ich gleich raus Und das So Wählen Und abgeschlossen Was ist der nächste Punkt Ähm Hier Gehen wir zu dem zuerst Noch der letzte schon Also jetzt nachher im Wasser natürlich noch was Das steht aber jetzt gerade erstmal nicht Weil das nicht zu Fokus dazu gehört Weil ich da auch noch Weil ich da auch noch Und hier nicht abgeschlossen Okay Bei denen war das die erste Stadt ne Da haben wir noch Da haben wir noch ein Ort übrig Ernsthaft Da muss ich ja wirklich nachher noch dahin So So erstmal gehen wir mit hier wieder here auf Gymnasium Hey hey hey, wer musst du denn? Wäre egal, aber wir müssen tot Das war's, meine Leute, tatsächlich, so gut, der Schatz ist das hier, dann haben wir alles gehalten, das nächste gleich fertig, sehr schön Ich glaube, ich bin schon zum Heiligen, deshalb toll auf Ich brauche nochmal 200 Meter entfernt Ich hab so ein Piepel hier, ich weiß nicht was da sein soll Das Maul Hätte ich vielleicht nicht angreifen sollen Bei der neue Anführer, der Sparta Der Spaten Macht man so? Ne, der Spartianer, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung Neue Anführer des Landes Sparta Des Landes Sparta Irgendwie so Ein kleines Banditennest Lager der Bogenträger Hey, keine Bewegung! Warken halten, hier hab ich das drin Ich verhelfe deine jeweilige Erkenntnisse! Ah! 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 Nicht zu wesselst in Sicherheit! Ich mach dich kalt! Ah! 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 das war dann der nächste und der nächste ist dann nur noch hier oben der und dann ganz oben und zudem gehen wir so und den wo können wir weiter nicht so gehen was sollte man vielleicht mal beim berg laufen dann schneller gehen auf jeden fall ja 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 ja